Herzlich willkommen zu Zugzwang, meine Damen und Herren, Deutschlands einzigem Schachturnier der Welt. Mein Name ist Jan Gustafsson, ich bin Schachgroßmeister und neben mir, wie immer, Etienne Gardet, der trotz Krankheit hier für euch da ist. Wir haben ein fantastisches Halbfinale mit zwei von Deutschlands besten Streamern der Welt. Reefed gegen Vlesk. Jetzt geht's los. Vlesk. 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 Zuzugzwang. Leute, was ist das heute für ein Matchup? Vlesk gegen Reefed, das zweite Halbfinale unseres grandiosen Zugzwang-Turniers. Ich muss sagen, wir haben gestern aber auch schon ein echtes Highlight erlebt im Halbfinale. Es wird schwer, das zu toppen, was Länge und Spannung angeht. Aber auch beim Matchup Vlesk und Reefed kann ich, genau wie beim Matchup Tim gegen Stefan, nicht voraussagen, wer da Favorit ist. Geht's dir da anders, oder? Man muss ja ehrlich gesagt sagen, dass Stefan Tietze so ein bisschen sich im Vorfeld schon durch das viele Training die Favoritenbürde geholt hatte, auch gestern, auch wenn's sehr, sehr spannend war. Heute weiß ich's gar nicht. Also Reefed, ich denke, die erfahrenerin Spielerin, war ja auch schon häufiger oder war schon einmal hier im Turnier dabei. Wir kennen alle die grüne Geschichte mit dem Großvater, wie sie da hart als Kind schon trainiert hat. Bei Vlesk, ich glaube, relativ neu im Schachbusiness, aber ich hab ja ein, zwei Sessions mit ihm gehabt. Schon auch ein Typ, der schnell lernt, der sich da, glaube ich, gut reingefuchst hat. Also ich bin auch gespannt heute. Ich weiß es nicht, wer Favorit Favoritin ist. Ja, es ist auch das Matchup zweier Spieler und einer Spielerin, es ist das Matchup einer Spielerin und eines Spielers, die auch beide parallel streamen und auch quatschen dabei. Also genau das Gegenteil von gestern. Tim und Stefan, beide sehr konzentriert, haben kaum ein Wort gesagt, sich kaum geregt. Das ist bei den beiden heute ein bisschen anders. Ja, es ist immer noch die Frage, ob das helfen kann, seine Gedanken auch so auszusprechen, bevor man einen Zug macht, oder ob es eine größere Ablenkung ist. Wir werden sehen, wie die beiden das handhaben. Ich glaube, Reefd hat ja auch in ihrem ersten Match, in der ersten Partie sehr viel kommentiert, dann die zweite Partie eher ruhiger. Ich bin gespannt, wie es heute aussieht. Ja, ich auch. Wir können sie einfach mal fragen, wie die beiden das heute angehen wollen, denn sie sind jetzt natürlich auch hier am Start. Hallo Reefd, hallo Vlesk. Hallo. Moin. Wie geht's euch? Wie seid ihr drauf? Unfassbar cool. Null aufgeregt und mega geschillt. Ja, 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 ähnlich. Ja. Ihr habt's ja gerade gehört, wir haben ein bisschen darüber auch schon philosophiert, wie werdet ihr euch heute hier präsentieren. Gerade du, Vlesk, hast ja im ersten Match gegen Nova schon viel gequatscht und warst dir deiner Sache schon ziemlich sicher. Wirst du heute auch so viel quatschen, oder sind wir heute vielleicht einen etwas ruhigeren, konzentrierteren Spieler? Meinst du im Sinne von Trash Talk oder dass ich unterm Spiel gelabert habe? Beides, durchaus, beides. Ja, ich würde gerne beides mal ein bisschen zurückfahren heute. Ich muss aber sagen, ich bin hart sabotiert worden, weil gestern die neue Among Us mit rausgekommen ist. Sprich, meine Vorbereitungszeit ist natürlich komplett flöten gegangen, weil ich nichts gespielt habe seitdem. Aber trotzdem, nee, bin ich guter Dinge? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Reef, wie sieht's bei dir aus? Hat Among Us auch deinen Trainingsplan durcheinander gebracht oder hast du noch mal ein bisschen dich vorbereitet auf die heutige Partie? Ja, ich hab mich ein bisschen vorbereitet. Ich spiel ja kein Among Us mehr, deswegen war das ganz cool. Ähm, ich glaub, war das vielleicht trotzdem sehr gut. Ähm, ich glaub, der tut da grad ein bisschen runterspielen. Ich glaub, das vielleicht sehr gut vorbereitet ist. Hast du meine Partie gesehen? Nein, aber ich glaub, dass du ein guter Gegner bist, weil ich nämlich mitbekommen hab, dass du mit Jan unter anderem trainiert hast. Da hab ich dann doch gut Respekt vor. Ich bin, ja, ich bin mal gespannt. Ich glaub, dass du schon gut vorbereitet bist. Ja, aber wirklich viel hat mir Jan auch nicht gezeigt, muss man sagen. Ich trainiere auch nicht nur mit guten Spielern. Das kenn ich, ähm, und das kann ich auch bestätigen. Ähm, ja, dann wollen wir euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen und die Zuschauer da draußen. Nochmal vielleicht ganz kurz die Anmerkung, es ist das zweite Halbfinale. Wir können natürlich der Vollständigkeit halber hier mal auf den Turnierbaum schauen. Und da sehen wir natürlich, ähm, das erste Halbfinale gestern 2-0 gewonnen. Stefan Titze wartet jetzt sozusagen im Finale auf den Gewinner, die Gewinnerin aus der Partie Reift gegen Vlesk. Wir spielen wie immer zwei Matches. Jeder einmal weiß, einmal schwarz, sollte es dann unentschieden stehen, kommt es zum finalen Armageddon. Fünf Minuten dort dann die Zeit ohne Extrazeit. Aber jetzt erst mal zehn Minuten plus zehn Sekunden Bonuszeit nach einem getätigten Zug. Seid ihr bereit? Nee. Ja. Wir müssen ran. Alles klar. Aber hilft ja nix. Hilft alles nix. Du musst jetzt ran. Lieber Vlesk, ich wünsche euch beiden viel Glück und viel Spaß. Und würde sagen, die Partie ist eröffnet. Good luck, have fun. Reift beginnt mit den weißen Steinen. Ich verwert sei, dass sie beiden noch reden. Sie streamen, sind für uns erst mal gemütet. Ich glaube, wir können uns da reinhacken, wenn wir hören wollen. Was sie so denken. Und Bauernacht D4 von Reift. Eine kleine Überraschung, nachdem sie ja bisher meistens mit dem E-Bauern, Bauernacht E4 begonnen hatte. Ich weiß nicht, ob das Vlesks lange Planungen schon unterminieren soll. Bauernacht D5. Und das Londoner System. Ein System, das auch Vlesk selber in der Vergangenheit gespielt hat. Haben wir die Namen vertauscht? Was ist da los? Haben die Spieler die Rollen gewechselt? Sie setzt seine eigenen Waffen gegen ihn ein. Sehr interessant. Also man sieht jetzt schon anhand der Bedenkzeit, dass Vlesk da vielleicht nicht so ganz mitgerechnet hat. Das ist überrascht, obwohl das ja sein eigenes Hauptsystem auch ist, hat er sich selber angeeignet. Aber er spielt Sprenger nach C6, Bauer nach E3. Er hatte ja sowas ähnliches in seiner Partie gegen die andere Antonia im Viertelfinale, die Sprenger raus, dann Läufer raus, Dame nach D7 und lange Rochade gespielt hat. Und es scheint so, als würde Vlesk sich vielleicht an diesem Plan ein bisschen orientieren bisher. Der Springer deckt jetzt hier nochmal den Bauern D5, der aber gar nicht angegriffen wird. Naja. Noch nicht. Doppelt hält besser. Jetzt könnt ihr den Läufer rausziehen. Das wäre analog zu Novas Spiel. Könnt ihr auch passiver spielen, so Bauer raus, dann den Läufer raus. Aber ich würde, ich würde den Läufer hier erstmal ein Spiel bringen. Aber nee, Vlesk geht's ruhiger an. Will heute ein bisschen ruhiger machen, hat er gesagt. Bauer nach E6 hat den Nachteil, dass diesen Läufer hier einmauert. Der kommt jetzt nicht so schnell raus. Man spielt es häufiger früher freiwillig, um das Zentrum ein bisschen zu stärken. Aber hier war das Zentrum ja noch nicht so unter Druck. Du hast ja gesagt, der Springer deckt auch schon den Bauern. Deshalb war es eigentlich nötig, dieses kleine Zugeständnis zu machen. Und Reef hat hier den Grundaufbau vom Londoner-System einstudiert. Bauer nach C3, Springer geht nach D2, der Bauer geht einen Schritt vor, der Läufer geht raus. Und dann mal gucken, das ist meist so der Ansatz. Vlesk bietet jetzt gleich den Abtausch dieser Läufer an. Zwingt Reef zu allen entscheiden. Möchte sie zulassen, dass er hier schlägt. Möchte sie selber schlagen. Sie lässt den Tausch zu. Guter Zug. Nimmt zwar den Doppelbauer in Kauf, aber würde damit auch wieder Kontrolle über die Mitte gewinnen, das wichtige Feld hier. Jetzt überlegt sie sich das alles anders und sagt, ne, wenn du hier tauschen willst, dann bitte auf diesem Feld. Ei, ei, ei. Den hab ich nicht ganz verstanden, jetzt den Zug von Reef. Ja, der gehört so ein bisschen zum Schema tatsächlich. Die Idee ist einfach, dass wenn diese Läufer getauscht werden, dass dann dieser H-Bauer zurückschlagen soll und der Turm auf einmal gleich freie Sicht kriegt. Also ist relativ typischer Zug für diese Störung tatsächlich. Wenn hier Bleskett schlagen würde, hätten Turm und Läufer gleich freien Blick auf diesen Bauern. Also war schon gut gespielt. Ich würde wahrscheinlich hier jetzt nicht schlagen, sondern, keine Ahnung, da haben wir E7 hier, Aktionen im Zentrum vorbereiten. Oder mit dem Springer in die Mitte gehen, mal gucken, was passiert. Blesk scheint auf jeden Fall bester Dinge zu sein. Quatschen ja miteinander. Können die sich eigentlich hören? Ich weiß es, ehrlich gesagt. Ich glaub nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Ne. Oh, Bauer nach E5, ein Fehler von Blesk. Die Idee war zwar gut, wie gesagt, er sollte hier eine Mitte Aktion einleiten, aber jetzt ist das Problem, wenn wir ja immer durchzählen. Nach D schlägt E5. Schwarz hat nur zwei Figuren, die hier zurückschlagen können. Ah, weiß kontrolliert auch noch zweimal das Feld. Und das bedeutet, nach D schlägt E5, hat Blesk jetzt das Pech, dass er auch gleichzeitig in diese Bauerngabel reingerannt ist. Also Bauer nach E5 kostet ihn in der Endabrechnung eine Figur. Denn dieser Bauer wird jetzt entweder den Springer oder den Läufer noch beseitigen. Er dachte wahrscheinlich, er kann hier zurückschlagen, aber dann, zack, hat weiß noch die beiden Angreifer auf das Feld. Also Blesk mit Anlaufschwierigkeiten. Vielleicht doch zu viel Among Us. Die neue Map ist schon sehr groß. Hast du die schon gespielt? Ich hab gestern mit der Gang gespielt. Hab mich wie üblich nicht so gut zurechtgefunden auf dem Among Us-Brett. Mit Mods oder Standard? Standard, aber diese neue Karte. Ich konne die ganzen Spiele nicht. Ich wusste nicht, wo es lang geht. Und ich bin natürlich auch ein grundehrlicher Typ. Also das ist der Vorteil, der den Vlesk hat bei diesem Spiel. Der lügt dir ja ins Gesicht, ohne rot zu werden. Es ändert sich nichts in der Stimme. Während bei mir, ich gestehe immer gleich, sobald ich irgendwie angeschuldigt werde, ja, okay, ich war's. Das ist gleich ein Fehler. Ja, gerade bei einem Spiel wie Among Us. Apropos Fehler, Vlesk hatte jetzt keine Wahl, hat die Figur hier verloren, musste jetzt zurückschlagen auf E5, aber in der Endabrechnung fehlt ihm jetzt ein Springer. Er könnte zwar diesen Springer schlagen oder der Läufer würde zurückschlagen, würde ihm nichts bringen. Also ein schlechter Start, ein schlechter Start für Vlesk. So eine Figur ist schon viel Holz. Steve Balken meldet sich auch gleich hier mit viel weißer Anzeige. Vlesk zieht sich zurück mit dem Läufer. Also bisher hat Reeve das hier alles im Griff. Aber wir haben gesehen im Viertelfinale, sie ist auch für Fehler gut hin und wieder. Im Viertelfinale hatte sie ja diesen einen Zug gegen Varien, wo sie die Dame sich vom Bauern schlagen lassen hat, hat dadurch eine Partie verloren, dann aber starkes Comeback. Bisher dominiert sie hier. Du studierst die Situation? Ja. Ich überlege, wie Reeve jetzt hier noch ein bisschen den Druck erhöhen kann. Ja, muss sie ja erstmal nicht. Figur mehr, ganz normal. Auch hier einen Springer rausbringen und dann mal gucken, wenn die Figuren alle am Start sind, kann man irgendwann in der Mitte versuchen zu öffnen. Das Schöne an so einer Figur mehr ist ja, sobald sie ja in den Clash geht, hast du mehr Einheiten als der Gegner. Das setzt sich dann häufig durch, wenn sie keinen ernsten Fehler macht. Es guckt auch ein bisschen unzufrieden. Springer geht raus. schon in den vergangenen Partien gesehen, dass Flask gerne mal die Zeit ein bisschen runterticken lässt. Runterticken, Flask. Ja, er hatte das ganz gut im Griff. Er hat ja auch das Pro-Match gegen Matteo so gespielt, das 2 zu 0 gewonnen, da auch super stark gespielt. Aber heute hat er den ersten Fehler gemacht und ja, mal gucken. Also ist glaube ich nicht seine Hauptschwäche, dass er überlegt für meinen Begriffe auch ein bisschen zu lange, aber mit zwei Minuten gibt er da meistens Gas und kriegt diese zehn Sekunden obendrauf. Die Stellung ist aber schlecht. Ihm fehlt, ihm fehlt ein Springer. Donner E8, guter Zug, möchte hier vielleicht den Springer mal wieder anfeinden, aber dazu hätte er den Läufer auch gleich auf D6-Vorstand stehen lassen können. Vielleicht, dass er ihn zurückgezogen hat, greift er jetzt erstmal nichts an. Sind die Nerven, sind die Nerven bei Flask. Ja, das war unnötig, den zurückzuziehen. Muss ja nicht sein. Vielleicht gehe jetzt wieder hier hin, um den Springer anzugreifen, aber ich glaube, das hat Reefd auf dem Zettel, ist ja auch sehr zentral. Darf ich jetzt den Blick drauf haben? Reefd, die jüngste Teilnehmerin, 20 Jahre alt. Flask, 27. Die jungen Leute machen das hier unter sich aus. Stefan Tietze, ich glaube auch 27. Das ist ein Spiel für junge Leute, Schach. Man denkt immer, es ist der alte, mit 50er weise Professor in seiner Bibliothek, der die Feinheiten studiert. Aber es sind alles. Es sind alle blutjung. Ja. Magnus Carlsen, gerade 30 geworden, seit er 30 ist, der Weltmeister, läuft's auch nicht mehr so bei ihm. Aber inwiefern einfach die Gedankenschnelle nimmt ab? Oder was? Weil ich mein, bei nem physischen Sport kann ich das ja noch mehr nachvollziehen, als bei nem Denksport. Ja, das kennst du auch bestimmt auch. Damals, in unseren 20ern, man hatte mehr Energie auch für, für Denken, für Sachen machen. Natürlich kannst du im Schach ein bisschen kompensieren, teilweise durch mehr Wissen, durch Erfahrung und der körperliche Verfall. Ist nicht so schnell, aber die Weltspitze im Schach, die Top 100, ist der Altersdurchschnitt wirklich sehr, sehr ähnlich wie im Fußball. also fast alle zwischen 20 und 35. Paar Leute, die das Niveau ein bisschen länger halten können, die aber dann mit 20 auch schon super gut waren. Sonst, ich weiß es doch auch nicht. Bauern nach C6 von Vlesk. Spielt erstmal vernünftig hier, die Störung sieht auch gesund aus, ihm fehlt nur einfach, ihm fehlt der eine Springer, der hier hinten jetzt gerne anspringen würde. Tum nach E1, Reef bereitet sich vielleicht darauf vor, die Störung hier zu öffnen. Hat das hier im Griff alles? Ich hab mir zur Vorbereitung Reefs Video, es gibt Gerüchte über mich angeguckt. Es gab das Gerücht, sie sei gar nicht 20, konnte sie aber in Kräften durch Führerschein in die Kamera halten. Also Reef ist 20, ist bewiesen. Was war denn das Gerücht, wie alt sie tatsächlich ist? Ich denke, älter wurde ja unterstellt. Aber, es wurde keine genaue Zahl genannt. Er hat auch viel diskutiert, wie groß Reef sei. Laut eigener Aussage 1,69 abends, 1,70 morgens. Aber da gab's dann keine Beweise. Da hat sie so gesagt, sie kann ihr Maßband gerade nicht finden. Und da gibt's wohl Gerüchte, dass sie in Wirklichkeit, ähm, ja, der eine sagt so, und die andere sagt so, deutlich kleiner sein soll. Also da müssen wir vielleicht noch mal nachhaken gleich. Ich glaub, Vlesk ist ziemlich klein, kann das sein? Das weiß ich nicht, der war ja hier bei euch im Bällebad, ich hab ihn noch nie Person gesehen. Der war im Bällebad, und dann ist er da reingefallen, und da haben wir eine Stunde lang nicht gefunden, also im Bällebad. Okay, hier, Chad sagt auch, Reef sei 1,50 groß. Also vielleicht müssen wir da noch mal nachhaken. Bauna R4, gut gespielt, verteidigt den Sprenger in der Mitte. Lesk gibt's unterschiedliche Aussagen vom Chat. Lesk 1,72. Er wäre deutlich oder knapp größer als Reef, je nachdem, wessen Version man da glaubt. Ich bin 1,93 Meter, Chad. Aber läufst du gerade? Ich hab auch unterschiedlich lange Beine, also es ist eigentlich so mit deiner Hüpfbewegung bewege ich mich meistens vor. Auch nach F4. Ja, wir sehen auch, dass Lesk tatsächlich den Läufer wieder zurückgestellt hat auf das Feld, wo er ursprünglich war. Ja, 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 es war so ein bisschen hin und her hier. Kann man das sagen, ein Tempo verloren? Ja, zwei Tempi, glaub ich sogar, ne? Also der Läufer war ja schon hier, ging dann zurück, ging dann wieder hierhin. Aber Tempi sind nicht so wichtig wie Sprenger. Ja, so das, was ihm hauptsächlich fehlt, ist der Sprenger. Sonst seine Struktur und alles ist ja gut. Aber ihm fehlt halt das Jute, alte Pferd. Beide am Quatschen. Läufer nach H4, fesselt diesen Springer, gibt allerdings bis hin die Verteidigung des Kollegen in der Mitte auf. Also Lesk könnte jetzt hier schlagen, der Bauer würde zurückschlagen und dann mit dem Turm schlagen und dabei immerhin einen Bauern erobern bei dieser Transaktion. Mal gucken, ob das macht. Ich würde die Stellung natürlich ein bisschen vereinfachen, was man meistens nicht will, weil man die Figur weniger hat. Aber ich sehe auch keine guten Alternativen. Das ist diese Fesselung lästig. Nochmal mit dem Läufer zurückzugehen, will er jetzt ja auch nicht. Was willst du machen? Wirst du schlagen oder willst du die Spannung aufrechterhalten? Ja, nach deiner Analyse würde ich schlagen jetzt. Den Bauern holen. Ja, es ist halt, es gibt halt keine guten Optionen. Das ist immer das Problem, wenn man eine Figur weniger hat, wie man es macht. Ja, man muss irgendwie hoffen, den Gegner auch mal in eine Situation zu bringen, wo er vielleicht Fehler begeht. Zum Beispiel, wenn man schnell zieht, aber das macht er ja auch nicht. Also er lässt ja auch die Zeit verstreichen und da könnte durchaus noch da könnten noch Probleme auf ihn zukommen. Ja, er schlägt raus. Jetzt sollte Reef mit dem Bauern zurückschlagen. Dann würde der Turm sich hier bedienen. Es könnte immer noch eine Figur weniger, aber immerhin einen Bauern dafür erobert. Also wenn ich sage Figur, darunter verstehe ich Springer und Läufer, die werden entweder als Leichtfiguren oder schnell nur als Figuren betitelt. Dame, Turm und König nennt man meistens Schwerfiguren. Weiß ich, warum? Vielleicht wiegen die mehr. Aber die sind auch mehr wert. Könige werden meistens nur als Könige angeredet, nicht als Figuren. Ich wundere, dass Reef jetzt hier überlegt. Hm. Wollen wir kurz mal reinhören bei Vlesk. Vlesk redet die ganze Zeit. Ja, da bin ich immer gespannt, was der die ganze Zeit erzählt. Oh, ne, sie schlägt nicht zurück. Das gibt Vlesk wieder alle Chancen. Jetzt kann man den Läufer wegziehen und das Material wäre wieder ausgeglichen. Hätte sich den Läufer einfach schnappen können. Das, was ich meinte ... Gedeckten. Das machen wir hier. Ist gefesselt. Könnte versuchen, dass ich die Fesselung irgendwie löse. Ja, doch. Zumal durch den Springer, der ja auch den Läufer bedroht, zusätzlich noch zu seinem Glück zwingt. Ja, er scheint mehr mit dieser Fesselung beschäftigt zu sein. Hier geht's jetzt erst mal darum, einfach diesen Läufer wegzuziehen, den zu retten. Also Läufer aus dem Weg und dann kann er später die Fesselung noch mal durchbrechen. Aber am Ende des Tages er beschäftigt sich mit Feinheiten, aber es geht einfach um Brute Force, den Läufer behalten. Er ist angegriffen, der muss weg. Ja. Ja. Wusstest du, und wenn ich das frage, ist das eine rhetorische Frage, weil natürlich wusstest du, aber dass es eine Elo für Schachrätsel gibt. Ähm, nicht so richtig. Dame nach D6, Fehler von Vlesk, jetzt kann hier einfach reingeschlagen werden und er verliert. Relativ viel Material dabei. Wusstest du das? Ich weiß, dass es so problemlös Wettbewerbe gibt, so Schachrätsel, Wettbewerbe. Ähm, meinst du, die Löser haben da Ratings oder dass sie Rätsel selber, so je nach Schwierigkeitsgrad in der Rating haben? Also ich hab gestern ein paar Schachrätsel gemacht und anhand der Fehler oder der Geschwindigkeit, wenn du das Rätsel gelöst hast, hast du Elo-Punkte gekriegt oder abgezogen und das hat sich dann so nach einer Zeit eingependelt. Ah ja, nee, das wusste ich, das ist so von Website zu Website verschieden, aber genau, auf Chess24 und dem Tactics-Trainer zum Beispiel kriegt man da auch eine Zahl zugewiesen und danach richtet sich dann die Schwere der Rätsel, die man auch vorgesetzt kriegt. Dame D6, Wleska hat das Rätsel ja nicht gelöst, er hätte den Läufer retten müssen, wie gesagt, nach Dame D6 kann jetzt der Bauer hier reinschlagen, der Turm würde zurückschlagen und der Springer würde schlagen und am Ende des Ganzen hätte weiß ein Turm mehr für nur einen Bauern. Sie könnte auch erst mit dem Springer schlagen, wäre fast genauso gut, aber ja, der arme Läufer, was hat der Läufer dir getan? Beide wollen ihn nicht so richtig haben, aber jetzt auch noch gefangen, selbst wenn Reef den jetzt verschmähen würde, könnte der Läufer nirgends hin. Wenn er hier versucht, sich hinzuretten, wird er geschlagen, hier wird er geschlagen, zurück kann er nicht, weil Dame ihn den Weg versperrt. Also, er hat ihn nicht nur nicht weggezogen, sondern er hat ihn auch eingemauert noch. Und Rieft schlägt. Beide sich verrechnet haben. Ich glaube, sie haben irgendwie diese Abtauschgeschichten auf dem Schirm gehabt, aber dann nicht richtig durchgezählt, was am Ende übrig bleibt. Also, Läufer hat jetzt einfach einen Turm weniger, nachdem er geschlagen wird. Springer schlägt, er muss mit der Dame schlagen. Wenn wir jetzt gucken, weiß hat zwei Läufer und zwei Türme, schwarz hat Springerläufer, ungefähr gleich, und einen Turm, schwarz hat dafür nur einen Bauern, aber wenn wir uns an die Eiskugellehre erinnern, Turm 5, Bauer 1, also vier Eiskugeln Vorsprung für Rieft, das ist schon ein gigantischer Vorteil. Ja, das ist eine Option, also jetzt durchaus den Läufer und den Springer abzutauschen, auch noch eine schöne Lücke reinzureißen. Ja, die Dame würde wahrscheinlich zurückschlagen, um sich diese Lücke nicht reißen zu lassen, aber klar, also, gerade vereinfachen, wenn man mehr Material hat, bin ich ja immer dafür, also, hier könnte sie auf jeden Fall den Springer weghauen. Gibt viele gute Optionen, sie könnte auch mit dem Läufer die Dame hier angreifen, Läufer behalten, oder jetzt so langsam die eigene Dame ins Spiel bringen. spielt sich leicht mit so einem Extra-Turm. Ja, sie spielt auch nach G3, attackiert die Dame, die jetzt weg muss. Was hältst du von Vlesks Kette? Ich hätte auch gern so eine Kette, aber ich weiß nicht, ob ich es bringen kann. Ich kann dir sagen, ich hab schon so oft über so eine Kette nachgedacht. Ich hab auch gesehen, Tommi Schmidt trägt so eine Kette, ähm, also jetzt nicht so einer, aber es gibt immer wieder Leute, die tragen die Kette und ich finde, es sieht dann auch bei vielen cool aus, aber ich konnt's nie wirklich glaubwürdig tragen. Ich, ähm, weiß nicht warum, bin kein Kettentyp, glaub ich. Ich trau's mich auch nicht so richtig, aber ich finde, bei ihm passt es, passt er so zum Style. Ich hätte auch gern schon, schon gern ne Kette. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Kette, also er hat ja jetzt eher so schon so ne Chain, ne, die so auch, ähm, Schon ein bisschen Eis. Ja, über dem Pulli getragen wird, aber es gibt ja dann auch so diese dünnen, Ich mag nicht diese Diskreten, die so unter dem Hemd sind, also wenn dann schon so auf Leistung. So Brad Pitt mäßig, ja, ich kann ihm schon was abgewinnen, muss ich sagen, aber ich glaub, es würde mich auch nerven, so, ich bin jetzt schon 42, Jahre lang ohne Kette unterwegs, wenn jetzt da die ganze Zeit irgendwas da Kaltes um mich rumzwirbelte, weiß ich nicht, ob ich das noch ... Weiß ich nicht. Ja. Ich glaub, ich brauch ne Kette. Weißt du, was die bei uns in der IT-Abteilung tragen? Nee. Diskette. Naja, ist nicht gefloppied, der Joke. Da haben wir nach E2. Wieder Boomer-Humor, ne? Der Chat weiß gar nicht, was Disketten sind. Ja. Also Reef hat hier alles unter Kontrolle, sie muss noch die Stellung öffnen, um den Meer-Turm zur Geltung zu bringen. Aber das, normalerweise sollte ihr das gelingen. Vlesk muss seine wenigen verbliebenen Einhaken jetzt mobilisieren, Läufer nach D7, Turm hier in die Mitte, dass die wenigstens mitspielen. Er hat nur noch eine Minute 40 auf der Uhr. Und er zieht zu viel hin und her. Meine Dame jetzt wieder zurück hier. Bringen die Figuren raus. Ah, okay. Er will wahrscheinlich mit dem Läufer jetzt raus und dann den Turm rüberbringen. Aber es ist mir zu viel hin und zurück. Reef könnte jetzt schon hier zack die Mitte öffnen, wenn das zu vielen Abtausch-Operationen fühlen würde. Sie sehen am Ende immer noch den extra Turm. Aber sie spielt es anders. Turm nach F1, auch ein guter Zug. Der Turm geht die sogenannte halboffene Linie. Halboffen heißt, weiß hat er keinen Baum mehr, es heißt, der Turm hat relativ freie Sicht, aber nicht ganz offen. Wenn noch ein schwarzer Bauer da steht. Der weg wäre. Das ist eine ganz offene Linie. Liest du dein Schach-Vokabular? Das kennst du alles, ne? Halboffene Linie, offene Linie. Das tatsächlich kenne ich schon, ja. Das kann ich Schwieriges fragen. Es gibt auch nicht so viel im Schach, ey. Ich muss mir wieder was aussehen. Ja, ich höre in letzter Zeit zum Einschlafen Schach-Kommentatoren. Uff. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt so ein paar durchaus auch ältere Herren. Ich habe eine Zeit lang auch sehr viel Rustam gehört. Die begrüßt. Ist ja kein älterer Herr, aber ich habe viele so mit beruhigenden Stimmen und dann ein Ohrstöpsel, dann schlafe ich ein und dann komme ich und jetzt E4 bedroht das Zentrum. Also du guckst auch gar nicht das Brett dabei an und hörst aber nur den Schachstimmen zu. Ich höre nur, es ist ein bisschen irre. Ja, es ist ein bisschen besorgniserregend. Ja. Und kommst du mit deinem Podcast-Pensum dann da überhaupt hinterher? Ja, es ist, man muss es irgendwie, das Problem ist, manchmal gibt es bei den Podcasts, die höre ich manchmal so gerne, dass ich einfach nicht einschlafe und dann höre ich anderthalb Stunden zu. Ja, das ist auch nicht gut. Und dann schlafe ich nicht ein. Aber so eine Schachpartie, die man auch gar nicht wirklich sieht, wo du einfach nur so eine beruhigende Stimme hast, das kann nicht funktionieren. Okay, muss ich mal probieren. So, Vlesk hatte die Dame angegriffen, wir laufen nach G4, aber die geht zur Seite. Also raved, alles im Griff heute auch. Außer, dass sie den Läufer einmal nicht hier gleich geschlagen hat, als sie die Chance hatte. Sonst keine Schnitzer drin. Alles im Griff. 40 Sekunden bei Vlesk. Zeit läuft unerbittlich runter. Das sieht gar nicht gut aus. Hä? Ja. Turner R8. Er macht es im Rahmen der verbliebenen Figuren jetzt richtig, bringt die Figuren raus. Aber es sind halt nicht so viele. Es fehlt einfach der Turm. Der Bauer ist angegriffen, wobei man auch drüber streiten könnte, ob Schwarzer überhaupt nehmen will und die Damen dabei tauschen. Aber Rave könnte das auch einfach parieren, indem sie den Turm jetzt sieht zum Beispiel. Also Spielläufer H4. Die Fesselung. Die gute alte Fesselung wieder. Jetzt, weil Vlesk auch ein paar Figuren fehlen, kann das nicht wirklich parieren. Er könnte hier mit Damen schlägt E3 zum Gegenangriff übergehen. Aber dann würde er sich auch viel tauschen. Damen könnten sich tauschen. Weiß könnte hier reinschlagen. Also. Mit dem Turm weniger. Ist halt guter Rad teuer. Er muss auf den Schnitzer hoffen. Er spielt auch nach G5, aber der kann einfach weggenommen werden. Das hilft seiner Situation nicht. Denn die Fesselung würde immer noch bestehen. Und der Läufer ist ja nicht angegriffen auf G5. Also wenn Rave dir einfach reinschlägt, dann gewinnt sie wahrscheinlich sogar die Figur. Die Fesselung ist noch da. Der Springer ist nicht mehr gedeckt. Der Läufer deckt auch noch den Bauern. Also es war, wie gesagt, guter Rad teuer. G5 hilft seiner Lage nicht. Und ja, Sie sieht es. 24 Sekunden. Ich glaube, hier wird's jetzt schwer. Jetzt wird's ganz schwer, der Springer. Die Zeit, halt 15 Sekunden. Uff. Das wird nix mehr. König G7a, auch das hilft nichts. Dann weiß er zu viele Angreifer, die jetzt diesen Springer anstachen. Und ja, ich glaube, Riffler ist korrekt durchgezählt. Man sieht auch da im Blick, sie sieht, was Sache ist. Stark gespielt, aber muss man sagen, jetzt auch hier, jetzt wie sie sich die Dame schnappt, abgesichert durch den Turm F1. Das ist schon gut gespielt auch. Ja, das war's. Das war's. Der König kann die Dame nicht schlagen. Das wäre Welsks Plan gewesen sein. Aber der Turm ist noch da. Passt auf. Der König muss zurückweichen. Jetzt können die Dame sich hier weiter durchfressen. Nach diesem Turm schlagen. Sie könnte auch hier schlagen, dann hier schlagen. Das wäre Schachmatt in zwei Zügen. Also, das lässt sich Riff nicht mehr nehmen. Ja, das siehst du jetzt so schnell, weil da ist ja noch ein Läufer auf D3. Ja. Auch wenn sie es nicht so schnell sieht, sieht sie da so viele Einheiten jetzt. Selbst wenn sie hier nicht reinschlagen würde, aber doch, das sieht sie auch. Nimmt hier weg. Der König muss in die Ecke und dann kann sie einfach den Turm schlagen oder ist Matt. Hier gibt's kein Halten mehr. Sie schlägt den Turm. Alte russische Weißer. Wenn man einen Turm schlagen kann oder Matt setzen kann, dann erst den Turm schlagen, weil vielleicht ist doch nicht Matt. Mhm. Das ist nicht ganz logisch, was du gerade gesagt hast, oder? Na ja, ist so. Es steckt ein Kern Wahrheit drin. Wenn man Matt in einen Zug hat und sich sicher ist, kann man's schon machen. Aber sonst, so gewinnt man halt sicher, wenn man das Material wegnimmt. Und sonst, wenn man sich beim Matt was übersieht, gewinnt man vielleicht nicht so sicher. Damna E5, Damna F8 wäre sofort Matt gewesen. Aber wenn man das bei einem Matt was übersieht, dann ist es ja auch kein Matt. Eben. Deshalb, wenn du dir sicher bist, ich kann den Turm wegnehmen, aber vielleicht ist das andere Matt, dann nimm lieber den Turm. Ja. Damna E7, sie bastelt hier am Matt-Netz sehr systematisch. Der Turm kann jetzt runter und würde den König erwischen. Ihr Blick, können wir mal schnell jetzt vor dem Schildern zu Reef rein? Gut. Da sehen wir's. Scheiße, Scheiße. Ja, das wollte ich jetzt nicht rausziehen. Bin ich unter der Uhr ein bisschen gegrummelt gerade. Ja, herzlichen Glückwunsch, Reef, zum Sieg der ersten Partie. Das war eine fast fehlerfreie Partie von deiner Seite aus, kann man wirklich so sagen. Am Ende natürlich auch die Zeitprobleme ein bisschen bei Vleska. Er wurde da wirklich ein bisschen unter Druck gesetzt. Das haben wir auch schon in seiner ersten Partie gesehen, dass du manchmal ein bisschen langsam bist mit dem Ziehen und dass sich das dann hinten raus vielleicht in Schwierigkeiten bringt. Ja, ich hab wieder ein bisschen viel gelabert, glaub ich. Ich hab auch gar nicht gemerkt, dass du irgendwann hast, glaub ich, meinen Springer oder meinen Läufer gesehen. Ich weiß gar nicht, was es war. Ich hab das übel lange nicht gerafft, sodass du eigentlich ein komplettes Piece vorne warst. So, hm, wo ist es hin? Wo ist es hin? Aber ja, ein bisschen zu viel gelabert am Ende des Seaworms. Aber ich glaube, du warst sowieso ... Ja, Schlüsselsituation war hier ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr das Brett sehen könnt, aber beide Seiten ziehen die Figuren raus, war alles okay. Und Vlesk zieht hier seinen Bauern vor in die Mitte. Aber wenn wir hier genau durchzählen, nachdem geschlagen wird, der Springer schlägt zurück und Reef schlägt noch mal, hat sich einfach häufiger das Feld kontrolliert. Und selbst wenn Vlesk jetzt hier geschlagen hätte, würde der Läufer zurückschlagen, hätte Weiß eine Figur mehr. Und so wie es weiterging, hatte Weiß dann ja schon den Springer vor. Das war schon ein großer Vorteil. Dann später gab's eine Situation, wo Reef Wlesk noch eine Chance gegeben hat hier, nachdem Vlesk den Springer schlägt. Hast du nichts zurückgenommen? Was war da los? Ja, der Bauer hätte schlagen können den Läufer, aber du hast ihn verschont. Ja, ist eine gute Frage, warum? In meinem Kopf war irgendwas von wegen Turm runter und alles runter und ich verliere irgendwo eine Figur, aber ich hab's wahrscheinlich einfach nicht richtig durchgerechnet in der kurzen Zeit. Nö, beim Durchzählen hier einfach, du schlägst den Läufer, der Turm würde den Bauern schlagen, aber dann hätte Weiß immer noch eine Figur mehr für nur einen Bauern. Also das wäre ein guter Trade gewesen. Und so wie es kam, ich glaube, Spreiner F3 kam, hier hätte Vlesk einfach mit dem Läufer jetzt fliehen können, also mit dem Läufer zurückziehen. Und dann wäre das Material wieder ausgeglichen gewesen. Also hier wäre wieder alles drin gewesen. Da hätte ich mich auch gewundert. Schlimm ist, ich dachte ja, Antonio, ich dachte, dass du Italienisch spielst, also hier so Königsbauer nach vorne und dann, also das habe ich bei dir gesehen, ich habe mir, glaube ich, so zwei Spiele angeguckt und da kommt einfach so der Damenbauer nach vorne und ich so, hey, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ich dachte, ich mach mal was anders. Ich dachte, ich hatte mir auch gedacht, dass du vielleicht meine Matches angeschaut hast und da war relativ wenig Konzept hinter. Ich dachte, heute mache ich mal Konzept was, was ein bisschen. Ja, da haben wir auch drüber geredet. Da hat man auch direkt bei Vlesk gemerkt, dass er am Anfang so ein bisschen schon überlegen musste bei der Eröffnung. Das hat ihn offensichtlich auf dem falschen Fuß erwischt, ne? Das habe ich gehofft. Ja, komplett. E4 ist so das, was ich halt immer irgendwie im Kopf habe. Und dabei hat sie deine Standarderöffnung gewählt. Ja, Tatsache. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Ist ja auf der anderen Seite gewesen. Sprich, das sieht ja aus meiner Sicht dann nochmal komplett anders aus. Wie ich nicht gewohnt. Aber gut, spielt. Hat Spaß gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. Aber das Spiel hat nicht Spaß gemacht. Da habe ich die halbe Partie nicht on Stream gezeigt, weil ich aufgeregt war. Ja, ihr könnt jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen runterkochen. Wir machen eine ganz kleine Werbung. Und nach der Werbung gibt es hier das zweite Match-Up. Gibt es ein Armageddon? Oder haben wir unsere, in dem Fall, zweite Finalistin? Das seht ihr gleich nach der Werbung hier bei Zugzwang. Zugzwang, bis gleich. Herzlich willkommen zurück, meine Damen, meine Herren, liebe Könige. Zu Zugzwang. Zweites Halbfinale. Wir haben schon ein Match absolviert. Reef hat sich dann doch relativ deutlich durchgesetzt. Gegen Vlesk. Aber jetzt geht es wirklich um alles für den jungen 27-Jährigen. Wo kommst du eigentlich her, Vlesk? Berliner? München. München? München ursprünglich. Also ich wohne in Berlin, aber München ursprünglich. Ich weiß nicht, ich habe überlegt, ob das ein Rückschritt ist. Aber da ich kein allzu großer Berlin-Fan bin, ist fast alles ein Rückschritt. Aber München ... München ist schon schön. München ist schön, aber hat halt diesen komischen Fußballverein. Das ist auch schwierig. Ich habe nichts gegen 1860. Das hat sich nicht wie ein Rückschritt angefühlt. Das ist schön. So soll es auch sein. Dann sage ich jetzt einfach mal, kann ich dich ja gut ein gewisses Berliner nennen. Das ist schon ein bayerisches Duell, ne? Ich glaube, rieft auch aus Bayern. Ach komm, war es echt? Also das ist hier schon Bayern intern. Ja, Rützenhüttel sage ich da. Das freut mich ja umso mehr. Wo kommst du denn her? Mh, Aschaffenburg. Ob man noch Bayern sagen kann, ist die Frage, weil es so nah an Hessen ist. Aber theoretisch ist es noch Bayern, ja. Ja. Ich als Hesse würde sagen, es ist Bayern. Niemand will es haben. Aschaffenburg. Nee, so schlimm ist es nicht. Nein. Okay, dann will ich euch jetzt auch gar nicht weiter hier nerven mit unangenehmen Fragen. Wir spielen die zweite Partie. Vlesk jetzt in weiß. Seid ihr bereit? Jawohl. Ja. Gut, dann ist hiermit die Partie eröffnet. Und viel Glück euch beiden natürlich. Los geht das. Vlesk jetzt mit den weißen Steinen. Was wird er wählen? Wird er ebenfalls auf das Londoner System setzen? Oder wird auch er abweichen? Siehst du? Er ändert ebenfalls die Maßstabespiel. Bau nach E4. War vielleicht auch ein bisschen unfair, dass ich vorhin dann noch gesagt habe, das ist ja eigentlich deine Eröffnung. Aber ich denke mal, Reift wusste das auch. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich es erwähne oder ob es komisch ist. Aber die wissen ja alles übereinander. Aber jetzt sehen wir hier eine andere Eröffnung von Vlesk. Bau nach E4, Spreng nach F3, Spreng nach C6 und Läufe nach C4. Wie heißt diese Eröffnung? Das ist die italienische. So sieht es mal aus. Das ist die italienische Eröffnung. Könnte zur spanischen werden. Nee, spanisch wäre ein. Zu Sizilianisch. Ja, aber ich meine, könnte, wenn er die, wenn er, genau, den Läufe ein weitergespielt hätte. Ja, ja, ja. Ja, das wäre spanisch. Das meinte ich, genau. Italienisch. Jetzt werden wir sehen. Dann setzt er auf das Giocco Piano oder sogar auf das Giocco Pianissimo. Man weiß es nicht. Ja, das leise, das leise italienisch. Das leise und das ganz leise. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie das laute italienisch geht. Es gibt hier auch so aggressivere Geschichten. Bau nach B4, das Evans-Gambit. Bau nach D4, das K, ich weiß nicht, wie es heißt, Gambit. Nordische Gambit. Aber es gibt so viel. Schach ist so groß. Ja, es ist ähnlich wie beim Weintasting. Also du kannst, glaube ich, wenn du so, es gibt ja so Leute, die so auch aus Wein so eine Wissenschaft machen. Ich glaube, du kannst beim Schach schon, wenn du so ein paar Eröffnungen benennen kannst und so, dann gibt es schon mal was her irgendwie. Muss man gar nicht viel Ahnung von Schach haben. Aber du kannst einfach das so, ah ja, jetzt ist hier Karokan und weiß ich nicht was, Chikore. Ja, kann man schon. Kann schon einen schlauen Eindruck bestimmt machen. Ich versuch's immer, aber bisher erfolglos. Vielleicht muss ich's kombinieren. Vielleicht war ja auch so Wein, Weinskills noch und kann dann beim Wein testen. Sagen, ja, ja, die Karokan-Eröffnung hier. Viele Bauern, kein Spaß. Bau nach D3, Turm nach E8 beiseiten. Dann spielen das hier vernünftig, bringen die Figuren raus, scheinen hier auch ein bisschen was einstudiert zu haben. Turm nach E1. Reef sollte jetzt auch eines Tages den Läufer bringen. Spiel erstmal Bauern nach H6, auch vernünftig, um zu verhindern, dass eine weiße Figur auf dieses Feld kommt. Und Vlesk muss sich jetzt überlegen, wie er sein Spiel weiter entfaltet. Springer in die Mitte, wäre ein logischer Zug. Hier Kampfhandlungen einleiten. Könnte auch langsamer diesen Springer hier rüberbringen zum Beispiel. Oder erstmal Bauern nach H3 spielen. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Warum willst du den Springer auf G3 haben? Ja, da steht er immer gut. Steht er dem C-Bauer nicht im Weg. Der kann dann hier das Zentrum kontrollieren. Er kann bei Bedarf hier rüberspringen. Und Königs will ein bisschen Stress machen. Aber wäre auch nicht mein Lieblingsmanöver. Hier ist ein typisches Manöver, würde ich hier nicht machen. Hier würde ich gleich in die Mitte. Ich würde gerne mal bei Reef jetzt reinhören. Bis jetzt passiert ja noch nicht viel. Ich hatte mir nur seine Partie angeschaut. Seine eine, den Anfang gegen Nova. Also ich hatte mittendrin mal reingeschaut, als dieses Damen-Ding war. Und da hatte ich gesehen, er macht London. Und dann dachte ich mir so, fuck, ich wollte London. Aber, okay. Reef diskutiert Schachöffnung, ne? Sie redet über das Londoner-System, was sie in der ersten Partie gespielt hat. Und hatte auch bei Vlesk gesehen, dass Vlesk das auch spielt. Also die bereiten sich schon aufeinander vorher. Sprenger hat hier fünf gespielt. Der Zug, den ich auch sehen wollte. Macht ein bisschen Druck und bringt den Sprenger weg von diesem Feld C3, wo er nicht so gut steht. Jetzt kann, weiß hier, den Bauern dahin stellen und damit ums Zentrum kämpfen. Also bisher stark gespielt von Vlesk, aber auch noch nichts passiert, wenn Reef jetzt einfach und nach D6 stellt. Ist nichts angegriffen, wenn hier getauscht würde. Wäre kein Beinbruch. Also alles, alles noch normal. Reef schlägt, jetzt wird's komplizierter. Jetzt lässt sich überlegen, schlägt er mal den Bauern zurück, müsste der Springer wegziehen und schlägt er dann hier in der Mitte diesen Bauern raus. Ich weiß gar nicht, ob das so gut wäre, aber wäre eine Option gewesen. Er spielt, schlägt mit dem Läufer. Macht's dadurch nicht gleich konkret. Ei, ei, ei. Dem drückst du die Daumen, bist du unparteiisch, bist du für Armageddon. Wie ist Stand der Dinge? Ich bin immer für Armageddon, damit ich immer ein bisschen mehr Schach noch bekomme. Aber was die Person angeht, da bin ich natürlich komplett objektiv. Alles andere verbietet ja auch meine Zugprofessionelle. Kommentatorenlaufbar. Ist das so, fieberst du noch mit, ich weiß nicht, kommentierst du auch so viele andere Sachen? Ich kommentiere ja sehr viel Schach. Ich bin so ein bisschen abgestumpft, selbst so bei Leuten, die man gut kennt oder denen man die Daumen drückt, je mehrmals kommentiert. Man sieht sie dann nur noch als Akteure in dem Turnier und gar nicht mehr so. Ey, achit. Ja, dabei bist du so ein emotionaler Typ eigentlich sonst. Nur weil man es mir nicht ansieht, heißt das nicht, dass ich keine Gefühle habe. Das sagt Nils übrigens auch immer. Ja, ich kommentiere ja eigentlich sonst gar nichts, ehrlich gesagt. Also wenn ich, wenn die Eintracht spiele am Fernseher, aber das, ob man das kommentieren, manche würden sagen schreien, aber ansonsten kommentiere ich ja nicht. Es ist also auch für mich hier Neuland. Das Eintracht-Spiel, das ich gesehen habe, war mit JJ Okoccia. Stimmt. Das waren noch Zeiten. Das stimmt. Spreng nach T4. Rief möchte hier auch die Sprenger tauschen. Möchte das Vlesk gleich tun. Grundsätzlich keine schlechte Idee, die Schlangen ein bisschen zu vereinfachen. Ist immer gefährlich, wenn man mit Schwarz dem Weichspieler zu viel nachmacht, weil irgendwann fehlt dieses Tempo, wenn es hier geschlagen wird. Läufer schlägt zurück, hätten wir tatsächlich eine symmetrische Stellung fast auf dem Brett. Nur das Vlesk nicht den Bauern auf H3 hätte. Aber dafür den Bauern auf D3. Das könnte er nutzen, um Druck zu machen. Jetzt schlagen, Läufer schlägt, dann mit der Dame schnell raus. Das wäre gefährlich für Rief. Er überlegt, kann aber auch nach C3 spielen und dann hier mit der Dame zurückschlagen. Auch keine schlechte Hubs. Ich habe heute ein Interview gegeben für Deutschlandfunk. Ah. Warum ging es? Da war es Deutschlandradio. Das ist das Gleiche. Deutschlandfunk Nova? Ich weiß es nicht. Es ging um Schach und auch dein Name ist gefallen. Oh, oh. Liebe Grüße. Mehrmals sogar habe ich dich erwähnt. Das freut mich. Und Deutschlandfunk eher pro Schach oder gegen Schach? Ja, also sie haben, sie wollten ein bisschen auf diesen Schachboom eingehen und sind da irgendwie auf uns oder auf mich aufmerksam geworden und wollten wissen, was bei mir das ausgelöst hat. und da habe ich mich auch ein bisschen entschuldigt. Findest du es ein bisschen schade, dass du jetzt zu sehr auf Schach reduziert wirst? Im Moment. Matteo hat sich auch schon beschwert, dass er nur noch im Schachkontext erwähnt wird. Ich weiß nicht. Aber macht ihr doch so viel mehr? Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich habe ein Zuhause gefunden. Nachdem ich so immer hier das, weißt du, das Mädchen für alles war, alle in jede Sendung soll ich mich mal reinsetzen und machst dies, machst das. Und ha, der lustige Eddie, der macht ja wieder seine Ausraster. Den mögen wir so, wenn er so sauer ist und so. Aber hier habe ich was, wo ich das Gefühl habe, hier bin ich angekommen. Hier kommt auch, also mein Fachwissen richtig gut rüber. Ja, es ist die ideale Kombination aus 64 Feldern und 10 Minuten. Das kann sein Ersatz. Bauen nach C6. Das ist echt ganz schön. Ich spiele das gut, greife den Läufer an. 64 Felder, 10 Minuten, das ist ja eigentlich ein Name für das Schachbuch, in das ich dich ja noch reinreden will. 64 Felder, 10 Minuten. Das wäre auch kein schlechtes Quiz, oder? 10 Minuten Zeit, 64 Themen. Jörg Pilawa präsentiert 64 in 10. Hast du heute schon irgendeinen geilen April-Scherz gesehen, irgendwas? Nee, ich bin ja nach den vielen 100 Jahren auf dieser Welt, irgendwann ist man ein bisschen abgestumpft, so für die April-Scherze. Gerade so im Schachkontext sind die auch häufig dann ähnlich. Keine Ahnung. Schachregeln geändert oder naja, weiß ich nicht. Ich habe noch nichts Lustiges gesehen. Ich merke aber auch, dass die Stimmung, was April-Scherze angeht, also es gibt immer welche, die knallhart das durchziehen, aber mittlerweile mag es keiner mehr so richtig, habe ich das Gefühl. Es ist so der April-Scherz. Sind 90er. Ja, so ein Relikt der 90er vielleicht, ja. So, Vlesk hat hier ein bisschen Zeit verloren mit Läufer nach D2, das war etwas zu langsam. Kurz, Rewind, mit Chat. Und das konnte Reef nutzen, um hier die Mitte zu besetzen, ist ja immer wichtig im Schach. Greift damit gleichzeitig den Läufer an. Vlesk setzt auf Gegenangriff, Spielbau nach B4, greift damit den Läufer auf C5 an. also das sogenannte Materialverhältnis noch nicht gestört. Das bedeutet, es ist noch ausgeglichen. Schwarz könnte jetzt hier schlagen, Weiß würde hier zurückschlagen. Aber Rewind hat schon ein bisschen die Initiative übernommen jetzt. Könnte den Läufer einfach wegziehen, dann wird er wieder angegriffen. Oder sie könnte hier schlagen, Vlesk würde zurückschlagen und dann den Läufer rausziehen. Gute alte Fesselung, auch unangenehm. Also Rewind steht besser, wie auch Steve Balken vermeldet. Bisher macht sich ihre größere Erfahrung hier doch bemerkbar, muss man sagen. Bisher dominiert sie dieses Match. Kann man ja schon von dominieren sprechen. Naja, also die erste Partie locker geworden, steht jetzt besser. Also bisher dominiert sie natürlich, kann alles passieren. Ich denke, das kann man sagen. Läufer geht zurück, Läufer nach B6, Vlesk tauscht. Sie wird wahrscheinlich zurückschlagen, der Bauer wäre gedeckt von der Dame. Und jetzt muss Vlesk sich wieder erklären mit seinem Läufer. Der hat nicht so viele gute Felder. Wenn er hier hin zurück ginge, könnte wieder diese Fesselung nerven. So schwere Situation. Er ist das Beste, hier rauszuschlagen, jetzt den Springer. Auch dann wieder. Der Läufer würde zurückschlagen, der Turm wäre angegriffen. Also hier bräuchte er schon viel Zauberei, um den Land zusammenzuhalten. Das geht glaube ich noch. Springer schlägt hier, Läufer schlägt, dann Bauer vor, ist noch nicht hoffnungslos, aber keine gute Schild. Dass der Bauer angegriffen ist, ist nicht so wichtig. Chat, weil der Läufer ja auch angegriffen ist. Und den muss man erstmal retten. Hm. Wollen wir bei Reef reinschalten? Nee, ich rede sehr viel. Ja, gerne. Bauern. Wie so ein, hört sich an, wie so ein, so ein Uhrzeit-Trade. Geben Sie mir zwei Schafe und ich gebe ihnen drei, komm, Andrea, konzentrier dich. Ich den hier mache, das Pferd da. ganz gut, er greift den hier an, ich verteidige den auch eigentlich. Könnte hier nochmal hochgehen, aber dann könnte er so nehmen, so ein A. Ich gehe hier hoch, er nimmt den, ich nehme den erneut und er kann ihn eigentlich nicht nochmal nehmen und ich habe eine gute Position. Okay. Das ist nicht zu hoch. Ich habe nur den Anfang, da hänge ich ein bisschen fest, ein Uhrzeit-Trade, geben Sie mir zwei Schafe und ich gebe ihnen drei, so ein guter Tauscher nicht, drei Schafe, besser als zwei Schafe. Ja, ich glaube, sie hat nicht genau gesagt, was drei, ob es auch drei Schafe sind oder drei Eichhörnchen oder was auch immer. Ich weiß natürlich nicht, was für Schafe. So ein schwarzes Schaf dabei ist. Läufer nach G4 auf jeden Fall stark gespielt, das ist ja, was ich eben schon erwähnt hatte, die gute alte Fesselung. Vielleicht ist die Dame weg, wird das große Schaf geschoren und sehr unangenehme Stellung für Vlesk jetzt, denn er kann den Springer nicht wirklich wegziehen wegen dieser Fesselung, aber den Tunja kann jetzt hier schlagen und damit die... Gabel. Ach nee, doch nicht. Ja, wäre auch eine Gabel, aber der Bauer könnte schon noch zurückschlagen. Es würde nur seinen Königsschutz zerstören, ist ja das typische Ding, diese drei Bauern vor dem König beschützen ihn ganz gut, aber wenn er jetzt hier reingeschlagen wird, der Bauer muss zurückschlagen, dann wird die ganze Struktur zerstückelt und ja, sehr unangenehme Stellung für Vlesk jetzt tatsächlich schon. Dadurch, dass er diesen Springer hier verschont hat zu lange, rächt sich das jetzt, denn jetzt kann er ihn nicht mehr tauschen und ein typisches Konstrukt dieser Läufer gemeinsam mit dem Springer machen Druck auf den Kollegen. Unangenehm. Ich weiß gar nicht, wozu ich raten würde, wahrscheinlich hier über den Läufer rüberziehen und versuchen, da mit dem Läufer den wegzuhauen, aber es käme schon zu spät. Bauer nach H3, er versucht hier diesen Läufer zu befragen. Das könnte Reef mit dem Springer hier schlagen, Bauer würde zurückschlagen und dann den Läufer sich, den Bauern sich einverleiben, aber sie geht mit dem Läufer zur Seite, behält die Fesselung. Erstmal gibt Vlesk eigentlich noch die Chance, jetzt Bauer vorzuspielen und die Fesselung damit zu durchbauen. Das sieht man häufig, aber dann hat man natürlich schon auch den Schutzwall sehr weit geöffnet. Ja, hier gibt es keine andere Wahl, weil die Struktur ja sonst eh zerstört wird, wenn hier reingeschlagen wird. Deshalb ist hier beste Chance, den Bauern vor, der Läufer geht weg, dann könnte er sich überlegen, hier in der Mitte zu schlagen. Also nach Bau nach G4 wieder alles einigermaßen offen, so wie ich das sehe. Muss er jetzt aber machen, denn sonst, wenn er sich zu viel Zeit lässt, dann kommen hier die schwarzen Figuren alle an. Dann fliegt es auseinander. Schlüsselmoment. Was sagt Vlesk? Sag gar nichts. Einfach mal. Jetzt reicht mir das von der Zeit her nicht. Er spielt Bauernacht C3, springt diesen, zwingt diesen Springer zu einer Erklärung, aber er kann jetzt hier halt reinschlagen und er muss mit dem Bauern zurücknehmen. hier nicht schlagen. Könnt ihr hier schlagen, schlag zurück. Selbst wenn er Läufer schlägt, schlag ich mit Dame. Gott. Aber Zeit ist so ein Ding. Zeit wird mir wieder nicht allzu gut tun. Zeit geht. Es lässt mir halt auch nicht die Luft, den Bauern hinzuschlagen. Sein Hauptproblem ist nicht die Zeit, sondern der offene König. Also der Springer schlägt hier rein, der Bauer muss zurückschlagen, weil der Läufer das Feld auch noch kontrolliert und dann könnte Schwarz einfach, nachdem dieser Springer verschwunden ist, mit der Dame hier ankommen, gleichzeitig einige Angriffsziele ins Visier nehmen und das wäre schon, ich glaube, nicht mehr zu parieren tatsächlich. Also Alken hat sich auch schon wieder verabschiedet. Mal gucken, ob Reef das alles durchgerechnet kriegt. Ach ja. Was meinst du, ist natürlich noch nicht vorbei, aber so, wie Reef sich heute präsentiert, auch sehr stark, das wäre auch im Finale kein Selbstläufer. Absolut. Also vor allen Dingen, weil sie auch sehr wenig Fehler macht. Ich gucke ja immer nach diesen Flüchtigkeitsfehlern, weil ich das ja auch von mir kenne und achte immer mehr eher so darauf, wie nervös ist jemand und bietet jemand was an und so. Wir haben das ja im ersten Match auch bei Tim gegen Trilux gesehen. Oh, sie gibt ihm noch eine Chance. Wir haben sie gejinxt hier wieder durch das zu viele Lob. Der Sprenger B5 verzichtet darauf, die weiße sogenannte Rochade-Stellung hier zu zerstören. Der Sprenger geht weg, erhält zwar die Figur, aber dadurch ist erstmal alles wieder okay in Vleskland. Balken sagt sogar besser. Könnte jetzt hier wieder mit dem Bauern vorziehen, diese Fesselung durchbrechen, sich dann hier in der Mitte bedienen. Also er muss den Sprenger befreien, um dann hier schlagen zu können, diese Fesselung abschütteln. Also Bauer vor, Läufer müsste weg, dann könnte er, glaube ich, hier reinhauen. Ei, ei, ei. Also wieder alles offen. Vielleicht könnte er auch selber jetzt an einer Fesselung überlegen, könnte sein Läufer hier hinstellen, diesen Springer dann an den Turm zu ketten. hat Chancen. Da mit C2 wieder dasselbe Thema. Ich will auch nicht bei jedem Zug drauf rumreiten, aber nicht sich diese Rochade schon kaputt machen lassen. Jetzt kann wieder Läufer hier reinschlagen, der Bauer muss wieder zurückschlagen, der Dame kommt rüber und der König hat nicht mehr genug Schutz. Ja, aber ich verstehe den Gedanken, dass er diese Fesselung umgehen will, aber natürlich nicht mit der besten Variante. Es ist schon logisch, wer sich's überlegt hat, er möchte nicht den König schwächen, indem er diesen Bauern vorzieht und er möchte natürlich, dass der Springer wieder ziehen kann. Deshalb ziehe die Dame aus dem Weg, den Bauern hier anzugreifen. Was hat er in großen Haken, dass Reef jetzt hier schlagen kann, was sie ja ein paar Mal nicht gemacht hat, aber jetzt sollte sie's wirklich tun. Danach ist eben das auch im Hinterkopf gewesen, dass sie vielleicht jetzt wieder nicht schlägt. Schlägt sie den Springer. Wenn sie den Springer schlägt, steht sie deutlich besser. Wenn nicht, dann kann noch alles passieren. Denn der Springer greift jetzt ja auch, dadurch, dass er nicht mehr gefasst ist, den Bauern in der Mitte an. Nee, sie schlägt nicht. Geht vor mit dem Bauern, will den retten. Den könnte, jetzt muss ich überlegen, könnte Vles, glaube ich, schlagen. Bauer würde zurückschlagen. Turm würde schlagen. Turm würde schlagen. Oh, das wär kompliziert. Dame würde schlagen. Ich denk nur, laut mitfeilen. Läufer schlägt dann hier. Dame schlägt. Dame schlägt. D2 hätte schwarz eine Figur mehr. F7 wär aber auch angegriffen. Also das könnte sehr, sehr kompliziert werden. Ich bin gespannt. Schritt 1 wäre wahrscheinlich hier jetzt rauszuschlagen. Das ist eine richtige Kettenreaktion. Also es gibt für schwarz immer noch die Option, aber ich gehe davon aus, einfach, dass es jetzt nicht mehr macht. Nachdem hier geschlagen wird, dann mit dem Läufer reinzuschlagen, diesen Springer zu beseitigen und wieder den König zu schwächen. Bei deiner sind ich E4 gesperrt. Sie ist gleich gemacht. Ich hätte das hier. Uff. Also Vles muss jetzt auf jeden Fall den Bauern wegnehmen. Mit dem Springer zurückzugehen wäre zu passiv. Gucken, ob er das macht. Ja. Ah, wir sehen schon wieder die Zeit bei Vlesk runterticken. Ei, ei, ei. Aber das muss man dann ja auch als eine Form von Skill auch akzeptieren, wenn Reef das schafft, den Gegner unter Druck zu setzen und weniger Zeit darüber nachdenken muss, dann ist das ja auch ein Qualitätszeichen. Absolut. Zeit ist immer ein Faktor. Wenn du mehr Zeit nimmst, machst du vielleicht weniger Fehler, aber die Uhr zieht runter, wenn man das schneller machen kann. Ist auch absolut ein Skill. Vlesk schlägt nicht, er zieht den Springer zurück. Es ist sehr, sehr passiv. Der Springer am Rand, wissen wir ja, hat nicht so viel zu melden und jetzt könnte die Dame wieder ankommen, hier diesen Bauern attackieren. Also ist mir, zu Legua-mäßig gespielt. Ich hätte hier den Bauern geschlagen. Reef jetzt viele Möglichkeiten. Ein Favorit wäre, glaube ich, Dame hier raus, um diesen Bauern zu attackieren. Turm nach C8, den Turm noch mobilisieren, auch eine gute Idee. So viel Option. Aber beide spielen, also ich mekele natürlich rum hier an Rochadestellung, dies, das. Beide spielen erstmal, gut muss man auch sagen hier, es werden keine Figuren sich wegschlagen lassen. Materialverhältnis ist vollkommen ausgeglichen. Steigerung bei Vleska auf jeden Fall. Gibt es absolut identische Schachpartien, also bekannte, die exakt gleich waren? Ja, es gibt ja Schachtheorie und häufig enden so bekannte Varianten dann im forcierten Unentschieden. Da gibt es mehrere, aber wenn es weitergeht, dann tatsächlich ist Schach so verzweigt, das, was jede Partie irgendwann ihren eigenen Flavor kriegt. Also es ist fast nie so, es ist jetzt 40 Züge gekämpft wird und es die Partie schon mal gab. Es gibt da so ein paar theoretisch bekannte Remis-Varianten, die auch in den Büchern stehen oder auch fallen, wo es dann gleich matt ist. Aber sonst eigentlich. Also ich würde, mich würde sehr wundern, wenn man die Datenbanken durchforstet und diese Stellung hier schon mal gespielt wird. Ich würde sogar viel drauf setzen, dass es dem nicht so ist. Damaner F6 greift ebenfalls den Bauern auf F2 an, also was ich auch machen wollte, nur mit der Dame noch einen Schritt weiter. Mal gucken, ob er Lester es sieht. Er könnte es parieren, indem er hier den Bauern dazwischen stellt. Bauern nach D4. Den Läufer damit ausblockt. Könnte sich auch überlegen, den Läufer dazwischen zu ziehen. Den Turm ein rüber zu ziehen. Steht nur der Druck, aber noch ist nicht vorbei. Ja, kommt jetzt langsam auf die Ein-Minute-Marke. Ja, nicht mehr viel Zeit zu überlegen. Brief noch fast drei Minuten. Hat so ein bisschen das Gefühl, dass jeder neue Zug ihn komplett wieder zum Nachdenken bringt. Ja, das ist jetzt ein neues Problem. Das hat er nicht auf dem Zettel, dass jetzt der Bauer angegriffen ist. Jung ist halt auch noch sehr, sehr kompliziert und dann da so schnell den Überblick zu kriegen, auch nicht leicht natürlich. Er spielt Turm auf 1, hat gesehen, der Bauer ist attackiert, der verteidigt den mit dem Turm. Gute Reaktion. Ich hatte es verworfen, aber ich weiß gar nicht, ob es zu Recht. Weil ich dachte, der Läufer kann es hier ankommen. Und Turm und Bauern gleichzeitig angreifen, aber es wäre auch noch nicht das Ende. Das Ende vom Lied. Also Läufer nach E2, die schlägt eh oder gibt mehrere Züge dann. Also, ja, erst mal gut gesehen von Vlesk, aber es hat Zeit gekostet. Er hat nur noch 32 Sekunden. Rift wieder mit vielen guten Möglichkeiten. Die Dame könnte hier rüber gehen, den Bauern in Augenschein nehmen. Sie könnte hier schlagen, wenn die Dame zurückschlägt, dann den Läufer nach E2 ziehen, der dann unterstützt wäre vom Turm. Also, es gibt viele Optionen, aber das kann ja auch ein Fluch sein, so viele Möglichkeiten zu haben. Ja. Wie ist es bei dir? Was liegt dir mehr? So komplizierte Stellung, viele Figuren auf dem Brett oder magst du es, wenn Damen zum Beispiel weg sind, wenn ein bisschen verweifelt ist? Sie spielt auf einer E2, auch der Zug, den ich gedacht hatte. Sie spielt stark. Ja, ich tausche gerne die Damen ab, tatsächlich. Ich mag das ein bisschen weniger aggressiv gerne. So, 16 Sekunden bei Vlesk. Er spielt den Turm rüber, möchte diesen Läufer zu einer Erklärung zwingen. Er könnte sich jetzt diesen Turm schnappen. Das wäre ein leichter Vorteil, für schwarz auch noch nicht entscheiden. Sogenannte Qualität, Läufer gegen Turmtausch. Aber Rift könnte auch gemeiner spielen. Sie könnte diesen Bauern erst mal schlagen. Mit dem Bauern oder auch mit dem Läufer. Wahrscheinlich am Gemeinsten mit dem Bauern. Aber das tut sie nicht und dadurch hat Vlesk wieder eine Chance. Also, Bau nach D3 wäre stärker gewesen. Der Läufer hätte das nur unterstützt, dass die Dame hier nicht zurückschlagen kann. Aber jetzt, weil der Läufer nicht mehr im Leben ist, wenn geschlagen wird, kann jetzt die Dame zurückschlagen und ist noch alles offen. Schwarzschild besser, hat Turm gegen Läufer. Aber das ist nicht entscheidend. Noch alles drin. Turm nach C8. Trefft den Bauern hier an, auch wieder gut gespielt. Und Vlesk muss jetzt schnell spielen. Bau nach C4. Hat er gemacht? Muss gar nicht so schnell reden, ne? Nur weil er wenig Zeit hat, muss ich nicht schneller reden. Sprenger kann sie in die Mitte. Spannend, spannend. Jetzt auch langsam die Zeit bei Reefd. Sprenger D4. Sie spielt stark heute. Sie hat das Brett gut im Blick. Sie sieht, zack, Sprenger, mächtiges Feld. Greift die Dame an, greift den Läufer an, nährt sich dem König. Dame muss weg. Könnte sie, ah, sie spielt es pragmatisch. Sie tauscht den Läufer. Auch ja, häufig mein Tipp, im Zweifelsfall Figuren abtauschen, wenn man was mehr hat. Der Sprenger war jetzt so mächtig, weiß nicht, ob ich ihn gegeben hätte. Aber, sehr nachvollziehbare Entscheidung. Schlägt jetzt den Bauern, lässt weiter unter Druck. Gleich jetzt den einen vor. Häufig hier befragen. Eieieiei. Die Dame muss weg. Aber das wird sie sehen. Reift hat heute alles im Blick. Eieiei. Hast du auch die Fahrstuhlmusik da im Hintergrund? Ja, irgendwo ist das, ich hab eher, in meinem Kopf ist das eher irgendwie so eine kleine Hippie-Kommune da, die gerade das Sommerwetter genießt. Dame nach F5, Dame geht weg. Jetzt teuflische Falle. Läufer könnt ihr reinschlagen. Und warum darf man dann nicht zurückschlagen? Tjengade. Weil dann das, der Springer, eine schöne Gabel für den Turm und den, äh, nee, warte mal. Oder ja, einfach den schlagen. Ich dachte, du spielst auf, äh, F6 an. Das, den schlägst. Dann wird da die Lücke frei. Mach er nicht. Boah, woher hinaus wollte. Hier, dann könnte der Springer hier noch mal schlagen. da ist die Gabel. Das wäre die Gabel auf Dame und König. Ich hab hier die Gabel gesehen. Aber da ist ja noch bedeckt, ja. So, Vlesk schlägt hier den Ball in der Mitte. Gefällt mir ästhetisch nicht so. Also, es vereinfacht seine, vereinzelt seine Bauer ein bisschen. Und wenn Reef da einfach zurückschlägt, hat sie erstmal wieder alles im Griff. Auch nach Dame schlägt D5, könnte er noch auf diesen Gabeltrick spekulieren. Läufer schlägt H6. Dann, wenn der Bauer zurückschlagen würde, dann würde er nämlich deine Idee gehen, aber es kommt anders. Sie spielt Turm nach C2. Aktiviert den Turm. Auch wieder gut gespielt. Vlesk spielt Dame nach E1 und fasst sich an den Kopf. Wir haben es da gesehen. Warum fasst er sich an den Kopf? Die Dame wird geschlagen. 22 Sekunden. Er muss schnell spielen jetzt. Uff. Tschüss, Dame-Situation. Das war es jetzt nochmal. Turm schlägt E1, Turm schlägt D2. Reef räumt hier das Brett leer. Hat eine Dame mehr jetzt. Der Bauer auf F2 ist angegriffen. Und das sollte sie sich nicht mehr nehmen lassen. Sie hat auch hier das Glück, oder ich glaube es nicht das Glück ist, geplant, dass der König ein Fluchtfeld hat. Deshalb gab es nicht dieses Grundlinien-Matt, was ja sonst ein Thema gewesen wäre mit Turm E8. Und hier hat sie jetzt viele Möglichkeiten, das zu entscheiden. Sie können mit dem Turm einen Schach geben. König geht hoch. Dann Dame hier einen Schach. Sie können auch gleich die Dame da hinstellen. Das tut sie jetzt. Droht Schach-Matt auf der Grundlinie. Das lässt sich nicht mehr nehmen. Er muss jetzt den König schon wegbewegen nach F1, ne? Oder den Bauern hoch. Das ist alles alles schwer. Bau nach G3 könnte er probieren. Aber dann, was kann Schwarz jetzt schlagen, fesseltechnisch? Ähm, ja, natürlich F2, ne? F2 kann man schlagen. Man kann auch G3 schlagen. der Läufer könnte, der Bau kann nicht zurückschlagen, weil der Läufer hier aufpasst. Nämlich. Also, es sieht schlecht aus. Dame schlicht, G3 ist stark, Läufer G2 ist stark. Dame F3 ist auch stark, um hier dann mit dem Turm eine Erkimmer zu setzen. Zu viele Möglichkeiten für Reefd. Sie muss jetzt nur die Uhr im Blick halten. Denn sie hat auch nur drei Sekunden. Können wir mal auf Reefd schalten? Oder hier die letzten Sekunden? Ja. Dann nimmt er den. Er ist gezwungen. Er muss. Nimmt den hier. Fünf Sekunden, wir flessen. Nimmt den hier. Vier, drei, zwei, Bip, bip, bip. Oh. Da war die Zeit um. Ich und die Uhr, wir wären einfach keine Freundin, sagst du nicht. Wir wären einfach keine Freundin. GG. so super schlecht aus, aber dann guck ich so auf die Uhr und denke, warte mal, wieso hat sie zwei Minuten mehr als ich? Man muss der Fan jetzt aber sagen, die Stellung hier war auch nicht mehr zu halten. Reefd setzte hier schon zum Mattangriff an. Das war schon stark. Aber davor, bevor ich meine Dame geplantet habe, war es ja nicht alles verloren zumindest, weißt du, oder? Ne, es war lange eine sehr spannende Partie. Lange Zeit war das Thema, hier diese Fesselung des Springers auf F3 und beide Seiten hätten ein paar Mal die Fesselung gelösen können oder mehr ausnutzen. Hier zum Beispiel, nachdem Vlesk H3 spielt, hätte Reef gleich reinschlagen können, entweder mit Springer oder mit Läufer, aber zum Beispiel mit Springer, da muss dieser Bauer zurückschlagen. Sonst ist Dame weg und jetzt zum Beispiel könnte der Läufer gleich hier reinschlagen und grundsätzlich immer den König so zu öffnen ist sehr vorteilhaft. Dann später gab es für Vlesk ein paar Mal die Chance, wäre auch nicht ideal gewesen, aber das kleinste Übel hier den Bauern vorzuziehen und damit diese Fesselung zu durchbrechen sozusagen. Der Springer ist ja noch von der Dame verteidigt und dann wäre es wieder ziemlich offen gewesen, wenn der Läufer weggeht, kann der Springer hier in der Mitte Stress machen. Da war ich irgendwie so allergisch gegen, weil ich mir so dachte, der König steht da hinten so ohne irgendwelche Bauern rum, aber das war natürlich Quatsch, weil die ganze Zeit konnte ich weder den Springer noch mit der Dame irgendwas machen. Ja, grundsätzlich ist richtig, man möchte die Bauern vom eigenen König nicht vorziehen, aber hier, um diese Fesselung abzuschütteln, wäre es die beste Chance gewesen. Das Thema gab es dann später auch nochmal nach C3, hier hätte Reef wieder reinschlagen können, um den König zu schwächen, der Springer ging weg, dann gab es wieder die Chance hier, das vielleicht aufzulösen. Und dann nach Bauern E4, das war auch nochmal ein wichtiger Moment, hier, Vlesking mit dem Springer weg, der Springer steht ein bisschen in der Ecke, hat nicht so viel zu tun. Hier, warum ist den Bauern nicht geschlagen in der Mitte? Was hast du befürchtet? Ja, Jan, warum? Darüber wird zu reden sein, Christian. Weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre ein E4-State gewesen. Ich wollte die großen Teile haben, nicht den kleinen Bauern. Ich habe einfach nicht gesehen an der Stelle wahrscheinlich. Weil nach Sprenger H2, dann gibst du so viel Platz auf, dann kamen Reefs Figuren wieder zum Angriff und es wurde schwierig. Das hier, ich habe es selber nicht ganz durchrechnen können, es wäre super kompliziert geworden. Bauer schlägt, der Bauer schlägt zurück, dann kann der Turm schlagen, der Turm schlägt hier, die Dame schlägt und es geht noch weiter, der Läufer kann den Springer schlagen, Dame schlägt, dann kann die Dame hier schlagen und irgendwo hier war ich auch raus, weil ich nicht wusste, wie es ausgeht. Aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall die beste Chance gewesen, dann wäre es so in den Infight gegangen. Kannst du noch mal diese Fesselung, äh, nicht die Gabel zeigen, die du mich auch gefragt hast, die noch mal eine kleine Chance gewesen wäre für Flask? Ja, das wäre eher eine Falle gewesen. Also Reef hat das hier sehr, sehr stark gespielt, den Bauern auf F2 angegriffen, dann den Turm, der ihn ja verteidigt hat, attackiert und der Turm konnte nicht weg, weil dann wieder der Bauer weg gewesen wäre. Das war schon sehr, sehr stark hier Druck gemacht und hier was los ist. Warum mich da meinen Turm bewegt, also als ob das was bringt, wenn ich, also ich habe dann natürlich aktiv den Läufer angegriffen, weil der Läufer ja eh nur da reinschlagen können. Das war kompletter Quatsch, aber ich, ja, es waren, ich habe immer mit zehn Sekunden Bedenkzeit gehabt und so in den letzten Sekunden so, okay, machen wir und am Ende habe ich es sogar verpasst, aber da war ich schon vorbei. Ja, wobei hier war die Lage auch schon schwierig, also wahrscheinlich hier einen der Bauern schlagen, aber du standst schon ganz schön unter Druck und Reefd hat jetzt tatsächlich auch nichts mehr anbrennen lassen, also Spreng nach D4, dann solide weggenommen. Hier hatte ich noch gesagt, so als letzten Trick kann man probieren, Läufer schlägt, H6 zu spielen, in der Hoffnung, dass sie den schlägt, weil dann auf einmal hast du hier eine Sprengergabel anbringen können, aber ich vermute auch, dass Reefd das gesehen hätte und wenn sie Läufer verschont, steht sie nach wie vor gut. Ja, also unterm Strich, Antonia einfach ein gutes Stück besser gewesen und hat trotzdem mega Spaß gemacht. Ja, also es war wirklich eine sehr souveräne Leistung, Antonia und, ups, jetzt fliegt mir hier sogar das Mikrofon weg, wir sind jetzt extrem gespannt auf das Finale gegen Stefan Tietze, also ich würde auch sagen, das ist das gerechte Finale vom Teilnehmerfeld, also da kann man nur sagen, da haben sich die zwei Besten jetzt im Turnierfeld durchgesetzt. Lieber Christian, das war auf jeden Fall trotzdem eine beachtliche Leistung dafür, dass du ja wirklich noch nicht so lange jetzt im Schachgame aktiv bist, also wenn du am Ball bleibst, ich glaube, für Zugzwang vier, könnte dann da durchaus noch eine Karriere entstehen. Setze mich jetzt mit Jan hin so für fünf, sechs Jahre und bei Zugzwang 25 schlage ich den rein. Geh an Flask dann. Nee, hat mega Bock gemacht, ich bin fürs Finale jetzt logischerweise Team Antonia und wünsche dir viel Glück, aber so ein bisschen Schach zu lernen war auf jeden Fall mega cool. Mal gucken, wie das jetzt so die nächsten Wochen wird, ob ich da ein bisschen weiterspielen werde. werden wir sehen. Danke für die Einladung, hat mega Spaß gemacht. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen und verdammt nochmal und jetzt schauen wir mal auf den Turnierbaum nochmal oder hatten wir den gerade, da ist er, dass wir es auch nochmal bildlich haben, Stefan Titzet trifft auf Reef im großen Finale am Samstag um 20 Uhr und das wird eine heiße Kirsche. Ja, es wird spannend, also bei Reef fand ich heute auch nochmal eine krasse Steigerung im Vergleich zum Viertelfinale, wo sie erstmal wieder reinkommen musste, so ein bisschen ein paar Fehler drin hatte, heute war das schon sehr, sehr stark gespielt. Ich bin trotzdem zutiefst enttäuscht von Vlesk, nachdem ich hier Jahre meines Lebens in seine Schachtkarriere investiert habe. Ja, dann geht's dir so wie mir mit dir und bei Among Us. Relativ ausgeglichen, glaube ich. Na, ich glaube, bei Among Us ist meine Langkurve schon langsamer als seine Schachtkurve, muss man jetzt aber sagen. Aber danke euch, hat Spaß gemacht. Ich freue mich sehr aufs Finale. Ich freue mich auch aufs Finale. Vielen Dank euch beiden. Wir sehen uns dann Reefed am Samstag nochmal wieder und, ähm, ja, vielen Dank auch nochmal in den Chat. Übrigens, wer auf Züge steht, wie beim Schach, so ähnlich, der kann heute dranbleiben. Heute Abend gibt's nämlich noch Zug um Zug. Zug zwang und Zug um Zug? Zug um Zug. Das ist ja fantastisch. Ach, das ist eine Aufzeichnung. Ja, geil, hab ich wieder Scheiße erzählt. Mann, aber die Überleitung hättest du einfach mal, dann hätten die Leute trotzdem eingeschaltet und wären halt enttäuscht gewesen. Was kommt denn? Ich guck in Plan. Komm. Ich dachte, das ist live. Jetzt kommt Magic mit Florentin. Jetzt kommt Magic mit Florentin. Aber Florentin spielt auch mit bei Zugzwang. Äh, bei Zug ist Zug. Zug um Zug. Mann, leck mich doch am Arsch. Ich red auch schon seit heute Morgen. Ich hab auch schon Kino Plus aufzeigen. Kino Plus kommt heute Abend. Warum geht's? Zurück um die Zukunft? Zurück um die Zukunft. Ja, ja. Langer Tag. Stark. Ja, heute gibt's auf jeden Fall noch eine Folge Kino Plus mit Silke Schröckert. Also, ähm, heute das Ehepaar Schröckert. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich bin auch dabei. Bleibt also einfach dran. Wir sehen uns ansonsten beim Zugzwangfinale am Samstag wieder. Vielen Dank, Jan. Grüße gehen in den Chat nach Twitch und YouTube. Bis dann. Frohe Ostern. Bis zum nächsten Mal gang. م鐘 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.